Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Nelly Burger. Und ich bin Barbara Fischer. Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Die heutige Folge geht um Prinzessin Kate. Denn die ganze Welt wartet auf ein Lebenszeichen von ihr, weil seit ihrer Krebserkrankung zeigt sie sich nicht mehr und ihre Rückkehr verzögert sich ständig. Wie geht's ihr eigentlich? Was macht sie? Und ja, was könnte der nächste Schritt für sie sein? All das und vieles mehr will ich heute mit unserer lieben Kollegin Antonia Barbarino besprechen. Bevor wir uns aber den heiß ersehnten News um Kate zu wenden, schauen wir wie immer, was diese Woche sonst noch bei den Promis los war. Hinter der italienischen Star-Influencerin Chiara Ferragni liegen wirklich schwere Zeiten. Ende letzten Jahres sorgte sie ja für einen weltweiten Skandal. Mit dem Süßwarenhersteller Balocco entwarf sie eine Art Weihnachtskuchen und bei jedem Verkauf sollte ja ein Teil des Erlöses an krebskranke Kinder gespendet werden. Doch dann kam raus, dass es eben nicht der Fall war und ganz viel Geld in die eigene Tasche floss. Ferragni wurde ja zu Persona non grata und verlor sämtliche Werbepartner. Und nicht nur das, auch ihre Ehe mit Rapper Faddis zerbrach Anfang des Jahres. Mit ihm hat sie zwei Kinder und nach außen hin führten die beiden ja eine Bilderbuch-Ehe. Tja, und jetzt kommt's ganz bitter für Chiara Ferragni. Nur zwei Monate nach der Trennung hat ihr Ex schon eine neue und zwar das französische Model Garance Othier, 20 Jahre jung. Die beiden wurden jetzt händchenhalten gesichtet. Ja, das muss schon sehr hart für die Influencerin sein. Anstatt ihr in dieser Zeit beizustehen, hat er sie schon ausgetauscht gegen eine jüngere Version. Naja, nicht gerade sympathisch, aber kommen wir zu einem anderen Paar, wo die Liebesgeschichte ebenfalls ohne Happy End endete. Thea und Thomas Gottschalk. Ja, vor zwei Wochen haben wir in Bunte Menschen ja noch über die offizielle Scheidung von Entertainer Thomas Gottschalk und seiner Ehefrau Thea gesprochen. Die wurde am 7. Mai nämlich vollzogen. Und jetzt gibt's schon wieder Nachrichten aus dem Hause Gottschalk. Thea steht nämlich erneut vor einem ja ungewollten neuen Lebensabschnitt. Wenn wir uns zurückerinnern. 2019 hatte ihr Ex ja plötzlich das Ehe-Aus verkündet, nach 42 Jahren. Und dann hat er sich direkt danach mit seiner neuen Liebe Carina Moss geoutet. Und auf einmal änderte sich das ganze Leben von Thea schlagartig. Das stimmt. Plötzlich musste sie mit 73 Jahren ganz neu anfangen. Und nicht nur ohne Ehemann, sondern auch ohne ihr jahrzehntelanges Zuhause. Denn die Familienvilla in Malibu war kurz vorher von schlimmen Waldbränden zerstört worden. Und sie ist dann nach der Trennung allein mit ihren Katzen in ein anderes Anwesen in Malibu gezogen. Und angeblich soll ihr Ex-Mann für sie das Haus erworben haben. Aber das wurde nie bestätigt. Auf jeden Fall hat sich Thea dort ein neues Zuhause geschaffen und sich zurück ins Leben gekämpft. Eigentlich dachte man, jetzt nach der Scheidung kann Thea hier endlich in Ruhe ihr Leben genießen. Aber leider ist das Glück nicht so ganz auf ihrer Seite, oder? Ja, damit hat man wirklich gar nicht gerechnet. Am 22. Mai hat sie ein Foto ihres Wohnzimmers auf Instagram gepostet und hat dazu geschrieben Also ich finde, man hört schon so ein bisschen raus. Ihre Worte klingen richtig traurig und irgendwie wirkt es auch so, als ob sie nicht freiwillig da aussieht. Also es war irgendwie nicht ihre Entscheidung. Und wir haben dann auch mal nachgeguckt, in Amerika stand das Haus auch die letzten Monate zum Verkauf. Und wir fragen uns natürlich, warum sie jetzt plötzlich ihr geliebtes Paradies verlassen muss. Es ist schon wirklich sehr bitter. Und jetzt, wie schon am Anfang gesagt, steht Thea wieder vor einem ungewollten Neuanfang. Aber wie heißt es so schön, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Naja, aber Lilly, wir müssen natürlich noch heute über eine ganz besondere Frau sprechen, von der wir leider Abschied nehmen mussten. Ja, diese Frau hat auch eine gewisse Schwelle übertreten. Die Rede ist von Schauspielikone Ruth Maria Kubitschek. Sie ist jetzt im Alter von 92 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in ihrer Wahlheimat der Schweiz gestorben. Und mit ihr geht wirklich eine Grande Dame des deutschen Films und Fernsehens von uns. Sie erlangte ja mit diversen Rollen Kultstatus, unter anderem als Spatzel in der Serie Monaco Franze, Der ewige Stenz, als Verleger Frau Friederike von Unruh in Kiel Royale oder auch in Das Erbe der Guldenburgs, wo sie die Brauereibesitzerin Margot Balbeck spielte. Und auch ihre große Liebe war ja kein Unbekannter. Sie war 40 Jahre lang mit dem Traumschiff-Produzenten Wolfgang Rademann liiert. Und die beiden waren das Glamour-Paar der Filmbranche bis zu seinem Tod 2016. Und eben, was ich jetzt besonders berührend fand, waren ihre letzten Worte, die ihre Pressesprecherin verkündete. Ruth Maria Kubitschek war ja sehr spirituell und glaubte an das Leben nach dem Tod und soll gesagt haben, die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsle ich in die andere Welt. Es gibt sie. Sie können es mir glauben. Das ist wirklich schön und macht auch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht sehen wir sie auch wieder in dieser anderen Welt. Hoffentlich. Ja, die ganze Welt wartet auf ein Lebenszeichen von Prinzessin Kate. Am 22. März gab ja die zukünftige Königin von Großbritannien ganz überraschend nach einer Bauchoperation ihre Krebserkrankung bekannt. Danach wollte sie sich für die Behandlungen zurückziehen. Seitdem wurde sie nur zweimal gesehen. Und das auch nicht offiziell, sondern ganz privat beim Einkaufen. Einmal mit ihren Kindern George, Charlotte und Luis und ein zweites Mal mit ihrem Ehemann Prinz William. Und seitdem ist es extrem still um sie geworden und ihre Rückkehr verzögert sich einfach ständig. Was macht sie gerade? Wie geht es ihr? Und wie wird die Zukunft für sie aussehen? Darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino. Antonia, schön, dass du da bist. Ja, hallo liebe Barbara. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Ihre Rückkehr verzögert sich immer weiter. Wann sollte Prinzessin Kate denn offiziell zurückkehren? Also gab es da irgendwelche Infos? Genau, also du hast ja schon richtig gesagt, sie wurde mit ihren Kindern beim Einkaufen gesichtet. Und das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, dass sie die Kraft, die sie gerade hat, neben der Therapie eben für ihre Kinder auch aufbringen kann. Leider gibt es sonst wirklich gar kein Gesundheitsupdate von ihr. Also man weiß nicht, wo sie gerade mit ihrer Therapie steht, wie es ihr geht, wie sie die Therapie verträgt und eben auch, wann sie zurückkommt. Ursprünglich sollte sie Anfang Juni wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Das verzögert sich jetzt leider noch. Stattdessen soll sie sogar bis Ende des Jahres der Öffentlichkeit fernbleiben. Und hat sich der Palast dazu geäußert? Das Einzige, was der Palast tatsächlich bestätigt hat, ist, dass Kate nicht an der Generalprobe von Trooping the Colour teilnehmen wird. Das ist ja die alljährliche Militärparade zu Ehren von König Charles, also zu Ehren des britischen Monarchen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an letztes Jahr, wo Kate eben mit diesem strahlend grünen Kostüm auf dem Balkon des Buckingham Palace stand und mit William und ihren Kindern die Flugshow beobachtet hat. Und da sie nicht an der Probe teilnimmt, ist es eben auch sehr unwahrscheinlich, dass sie dann an der eigentlichen Parade am 15. Juni erscheinen wird. Viele haben sich eben erhofft, dass sie im Zuge dieser Feierlichkeiten ihr Comeback feiern wird. Aber das ist leider unwahrscheinlich, auch wenn es natürlich eine Riesenüberraschung wäre. Aber wie du es vorhin schon kurz im Vorgespräch zu mir meintest, eigentlich wäre es ja ganz geeignet für sie, weil sie theoretisch in Ruhe kurz auf den Balkon kommen könnte, einmal kurz Hallo sagen könnte und nicht jetzt bei einer anderen Veranstaltung vielleicht tausend Leuten die Hand schütteln muss, sondern sie hätte vielleicht diesen kurzen Moment mit ihrer Familie. Es wäre ja eigentlich passend, muss man sagen, oder? Das stimmt. Also es würde sich eignen. Allerdings geht es ja da um Charles seinen Geburtstag, also um König Charles Geburtstag. Deswegen denke ich nicht, dass sie da auftauchen wird, weil sie würde ihm ja auch ein bisschen die Schau stehlen und das würde auch nicht so wirklich ins royale Protokoll passen. Aber es ist irgendwie schon sehr beunruhigend, weil man kennt das ja so gar nicht von Kate, weil eigentlich ist sie ja sehr diszipliniert und ist immer überall da, performt perfekt, oder? Also total, Kate gilt ja als eine der pflichtbewusstesten Royals. Sie nimmt wirklich jeden Termin mit Klasse und Eleganz wahr und trifft immer alles so auf den Punkt. Also sie ist da wirklich einfach eine Perfektionistin und sie hat ja bei Trooping the Color auch einen der höchsten Ränge inne. Also sie ist der oberste irischen Garde und deswegen hätte sie einen solchen Termin wie die Generalprobe auf jeden Fall wahrgenommen, wenn es irgendwie gegangen wäre. Das zeigt auch, dass es ihr halt immer noch nicht wirklich besser geht und außerdem hat das britische Militär im März auf seiner Webseite verkündet, dass Kate an dem Termin teilnehmen wird. Die Meldung wurde mittlerweile gelöscht. Und das zeigt halt auch, wie unberechenbar dieser Krankheitsverlauf ist. Okay, verstehe. Und es ist natürlich so, dadurch, dass sich alle in Schweigen hüllen, sind natürlich alle noch aufgeregter und neugieriger und stellen sich die Frage, wie es ihr geht. Und kürzlich hat ja auch eine enge Vertraute von Kate sich geäußert. Wer genau war das? Genau, das war die Designerin Amaya Arrieta und sie kleidet regelmäßig die Kinder von Kate ein, also George, Louis und Charlotte und geht quasi bei der Wells-Familie ein und aus. Ah, okay. Und was hat sie genau gesagt über Kates Zustand? Also sie hat wortwörtlich in einem Interview gesagt, sie gehen durch die Hölle. Damit gemeint sind eben Kate und William. Und das ist natürlich einfach ein hartes Statement von jemandem, der denen so nahe steht. Also natürlich kann man sich denken, wie schwer so eine Zeit als Familie ist. Aber das nochmal so zu hören, ja, das war schon überraschend und auch ungewöhnlich. Also auf der einen Seite finde ich es ja toll, dass wir irgendwie was erfahren, einen Einblick bekommen. Aber andererseits ist es natürlich für Prinzessin Kate und die ganze Familie ein enormer Vertrauensbruch, dass jetzt eine Vertraute an die Öffentlichkeit geht und was sagt. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, oder? Dass der Palast niemandem vertrauen kann. Also der Palast passt zurzeit extrem auf, was und wie viel er der Öffentlichkeit preisgibt, weil es eben auch schon einen skandalösen Vorfall gab. Als Kate in der London Clinic behandelt wurde, also nach ihrer OP, wurde bekannt, dass Angestellte des Krankenhauses versucht haben, sich Zugang zu ihrer Krankenakte zu verschaffen. Es ist denen zum Glück nicht geglückt, aber das wäre natürlich ein Riesenskandal gewesen. Und man muss sich das so vorstellen, das ist keine 0815-Klinik, sondern eine der renommiertesten Krankenhäuser Englands oder vielleicht sogar Europas. Also Charles wurde auch dort behandelt. Gerade da darf sowas eigentlich nicht passieren, ne? Genau, das Personal ist einfach top ausgebildet. Und unterschreibt ja auch diverse Verschwiegenheitserklärungen. Und dass da sowas passieren hätte können, ist schon sehr, sehr schlimm. In dieser schweren Zeit für Kate, wer ist da für sie da? Wer gibt ihr am meisten Kraft? Also natürlich in erster Linie ihr Mann William. Der nimmt zwar wieder aktuell Termine wahr, weil es natürlich auch seine Arbeit ist, aber ist trotzdem natürlich immer für sie da. Außerdem ihre Kinder und für sie versuchen halt Kate und William in dieser Zeit vor allem so viel Normalität wie möglich herzustellen, damit die Krankheit eben auch nicht das komplette Familienleben beeinflusst. Dann ist natürlich ihre Mutter Carol für sie ständig da. Also sie ist eigentlich fast jeden Tag bei ihr, fährt die Kinder auch mal in die Schule und schaut natürlich auch auf die Kinder, wenn Kate dann Ruhe braucht, um sich von der Therapie zu erholen. Und wo zieht sie sich jetzt gerade zurück? Hat sie ein oder mehrere Rückzugsorte? Also sie erholt sich hauptsächlich auf Adelaide Cottage. Das ist ein Häuschen, das eigentlich sehr viel Privatsphäre bietet. Also es liegt im Windsor Park in der Nähe von Schloss Windsor, wo eben auch Charles oft zu Besuch ist. Und da gibt es auch eine ganz rührende Geschichte. Also als Kate und Charles gleichzeitig in der London-Klinik in Behandlung waren, hat er sie auch wohl mal im Bademantel quasi besucht in ihrem Zimmer, um zu schauen, wie es ihr geht. Oh, das kann ich mir irgendwie aber auch bei Charles vorstellen. Also irgendwie, ich kann es mir richtig vorstellen, wie er da in so einem flauschigen Bademantel daher spaziert, dann hat er wahrscheinlich noch so royale Slipper an, aus Samt oder mit so ein bisschen Gold, wo seine Initialen oder so drinstehen und dann haben die zusammen Tee getrunken. Dadurch, dass man Kate hier schon so lange nicht gesehen hat, ist die Neugierde natürlich sehr groß und es ist ja nichts Neues, dann entstehen Fake-News oft. Gerade auf den sozialen Medien, dass irgendwelche falschen Updates geteilt werden oder Bilder von KI erstellt etc. Und gerade jetzt kürzlich ist ein sehr geschmackloses Bild rumgegangen, oder? Genau, also das ist leider eben die traurige Realität. Es kursierte eben ein Foto, beziehungsweise es kursierte nicht. Es ging auch viral, wo man Kate eben mit so einem Kopftuch sieht, was man halt üblicherweise... Nach der Chemo, ne? Genau, was Frauen üblicherweise während einer Chemotherapie tragen, um eben den Haarausfall zu kaschieren. Und man musste schon wirklich zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es nicht echt ist. Also das Foto wurde eben mit künstlicher Intelligenz erstellt. Und ja, außerdem kursieren auch diverse Verschwörungstheorien um Kate, eben, dass sie sich im Koma befindet oder dass sie sich von William scheiden lassen hat. Und das ist natürlich alles Quatsch, weil die Frau ist krank. Sie hat das bestätigt in dem Video und man sollte ihr jetzt natürlich einfach die Ruhe geben, die sie braucht. Ja, das ist schon nicht immer einfach als öffentliche Person und gerade als royale Person. Aber wie ist denn allgemein die Amtsheilnahme für Kate? Also die ist wirklich überwältigend. Selbst unter diesem Foto, das ja nicht echt war, haben die Leute kommentiert, egal wie du aussiehst, du bleibst immer unsere wunderschöne Kate Middleton. Und außerdem haben auch über 10.000 Genesungskarten und kleine Geschenke den Palast für Kate erreicht. Also wirklich alle Augen sind auf sie gerichtet und jeder würde sich so unendlich freuen, wenn sie zurückkommt oder wenn man von ihr ein Update bekommt. Und ist es in deinen Augen dann ein Fehler, dass der Palast schweigt? Oder ist das einfach auch das gute Recht von Kate, dass sie halt auch eine Privatsphäre hat? Also auf der einen Seite ist es für die Royal Families schon sehr untypisch, dass sie so offen mit diesen Dingen umgehen. Wenn man sich zum Beispiel an Queen Elizabeth erinnert, bei ihr wusste man ja bis zum Ende eigentlich nicht wirklich, wie es ihr geht oder was sie hat. Und sie war da auch immer einfach sehr schweigsam, was ihr Privatleben angeht. Ganz nach dem Motto, was sie immer gesagt hat, never complain, never explain. Also zu Deutsch heißt es, beschwere dich nie und erkläre dich nie. Andererseits haben wir einfach mittlerweile eine andere Zeit, wo auch die Monarchie und die Öffentlichkeit eine andere Rolle spielen und man eben nicht mehr so devot ist der Monarchie oder dem Königshaus gegenüber. Trotzdem wurde Kate zu dieser Videobotschaft, die sie da im März veröffentlicht hat, quasi genötigt wegen des ganzen Drucks und Social Media und eben auch der Öffentlichkeit. Und trotzdem finde ich aber, es ist ein mulmiges Gefühl, wenn man so gar nicht weiß, wie es ihr geht und was passiert ist und was los ist. Das ist ja auch so ein bisschen die neue Strategie der Monarchie oder gerade dieses britischen Königshauses, dass man sich menschlicher zeigt. Und deswegen fand ich es irgendwie auch schön, dass sie jetzt so offen darüber sprechen, dass sie erkrankt ist. Also auf der einen Seite, wie du schon sagst, das ist ihr Ding, aber irgendwie will man halt auch ein bisschen Teil dran haben. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Bei Ihrem Schwiegervater, König Charles, hat man ja das Gefühl, dass es ihm seit seiner Krebsdiagnose besser geht. Also er zeigt sich ja auch, wie dann im Termine war. Bei ihm war ja 2023 Prostatakrebs entdeckt worden. Weiß man denn jetzt genau, wie sein Gesundheitszustand aktuell aussieht? Also Charles nimmt wieder jede Menge Termine wahr. So viel, dass sich Camilla wohl auch schon um seine Gesundheit sorgt, wie eigentlich immer, weil er eben so hart arbeitet. Aber bei aktuellen Terminen lacht er viel und ist irgendwie fast wieder der Alte. Auch über seine Gesundheit hat jetzt der Palast kein offizielles Statement abgegeben. Aber wie er eben auftritt, spricht halt mehr als tausend Worte. Er hat wohl durch seine Behandlung den Geschmackssinn verloren. Das hat er kürzlich bei einem Treffen mit anderen Krebspatienten erzählt. Aber ansonsten scheint es ihm top zu gehen und man muss auch sagen, damit macht er halt anderen, die auch in derselben Lage sind, einfach total viel Hoffnung und Mut. Es ist ja schon jetzt auch eine große Herausforderung für die royale Familie, denn der Palast hatte ja ausgerechnet letztes Jahr die Anzahl der Working Royals, also die aktiven Mitglieder der Familie, reduziert. Wer unterstützt denn jetzt Charles und William bei den ganzen Terminen? Also wir haben natürlich Prinzessin Anne, also die Schwester von Charles. Die gilt sowieso seit Jahren als die hart arbeitendste Person der Royal Family. Die hat allein bis April diesen Jahres schon fast 200 Termine wahrgenommen. Wahnsinn. Dann haben wir eben noch Prinz Edward, also Charles' Bruder und seine Frau Sophie. Stimmt, die sind mir auch in letzter Zeit sehr oft aufgefallen bei Terminen. Also man hat sie sehr oft auch in der Daily Mail gesehen, auf Fotos und so. Also die wirken schon sehr präsent und sehr sympathisch, muss man sagen. Und wie sieht es mit Prinzessin Beatrice und ihrer Schwester Eugenie aus? Das sind ja die Cousinen von William. Die beiden waren ja, sage ich mal, in der Vergangenheit nicht so beliebt. Also sie hatten nicht das beste Image. Sind die denn jetzt für ihre neue Rolle geeignet? Weil ich glaube, die unterstützen doch jetzt auch da mehr, oder? Genau, also Beatrice und Eugenie sind ja die Töchter von Prinz Andrew, also Charles' Bruder und Sarah Ferguson. Und die gehören de facto nicht zu den Working Royals. Aber Charles will jetzt trotzdem immer mehr in den Fokus rücken. Deshalb bin ich auch gespannt, ob die beiden dieses Jahr auf dem Balkon des Buckingham Palace zu sehen sind bei Trooping the Color. Weil eigentlich ist dieser nur für die Working Royals vorgesehen. Aber da es dieses Jahr ja ohne Kate stattfindet, könnte es sein, dass die da auch mit auftreten. Und ich denke, dass die beiden schon für die Übergangszeit geeignet sind, weil ihre Mutter Sarah Ferguson hat ja auch letztes Jahr und Anfang dieses Jahres eine Krebsdiagnose bekommen. Also einmal Brustkrebs und einmal Hautkrebs. Das heißt, die beiden wissen, was Charles, William und die Kinder gerade durchmachen und sind denen natürlich so gut wie es geht eine Stütze und helfen da, wo sie gebraucht werden. Man hat schon das Gefühl, dass sie auch ein bisschen sympathischer, beliebter wirken und sind, oder? In England. Also es wird nicht mehr so böse über sie berichtet wie früher. Auf jeden Fall. Also die nutzen halt ihren royalen Einfluss oder ihre royalen Titel, die die haben, nur für karitative Arbeit. Und so haben die sich auch ein bisschen den Beliebtheitsstatus zurückerobert, sage ich mal. Und auch Eugenie, die wohnt ja in Frogmore Cottage, was ja nur ein Katzensprung von Adelaide Cottage entfernt ist. Und sie ist selbst Mutter und sie ist dafür Kate auch immer da und eine Abwechslung für sie, wenn sie mal Rat braucht von einer anderen Mutter oder einfach mal den Kopf freikriegen will. Ja, total. Also die Familie hält auf jeden Fall zusammen. Und natürlich fragt man sich jetzt in dieser ganzen Nummer, was ist eigentlich mit Harry und Meghan? Also sind die auch für die Familie da oder verfolgen die nur ihr Ding? Wie ist da die Lage? Also Harry kam ja im Zuge der Invictus Games Anfang Mai in seine alte Heimat, muss man sagen, London. Und dort hat er aber weder seinen Vater Charles noch seine Schwägerin Kate gesehen oder besucht. Also zwischen ihnen herrscht einfach weiterhin Eiszeit. Und tatsächlich ist es eher so, dass vor allem Meghan die ganze Aufmerksamkeit, die eigentlich auf Kate lag, jetzt für sich beansprucht. Also wenn man sich allein nur ihre Auftritte in Nigeria anschaut, wo sie mit extravaganten Kleidern und teurem Schmuck wirklich einfach im Fokus stehen wollte. Und es war ja auch immer ein bisschen ein Dorn im Auge, wenn sie neben Kate aufgetreten ist, dass sie bei ihr immer so im Schatten stand. Und am Freitag, am 7. Juni heiratet auch der Duke of Westminster Hugh Grovener, also ein guter Freund von William und Harry. Und William wird auch dort sein, aber Harry hat die Einladung abgesagt, also er wird nicht kommen. Ja, was auch zeigt, dass eben seine Beziehungen zu London sind einfach fast wie eingefroren. Und nach dem Tod der Queen und der Krönung von Charles, also man hat ja schon irgendwie so das Gefühl, dass die britische Monarchie ein bisschen in der Krise steckt. Wie berichten denn die britischen Medien? Also sind sie gerade sehr gütig mit der Familie aufgrund natürlich der Erkrankung von Kate und von Charles? Oder sind sie auch sehr genervt und bashen, sage ich jetzt mal, gegen die Familie? Ja, also für Charles war es wirklich ein annus horribiles. Erst seine Krebsdiagnose, dann die von Kate. Und viele sagten halt auch, dass er es nicht schafft, in die Fußstapfen seiner Mutter Elisabeth zu treten. Aber das kann man jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichen mit den Krankheiten. Was ich nur etwas komisch finde, ist, dass es eben von Kate keinerlei Fotos oder Abschüsse von ihren Ausflügen gibt. Deswegen weiß man ja auch nicht, ob das überhaupt wirklich passiert ist. Das zeigt einfach, dass auch selbst die britischen Tabloids, die ja zum Beispiel bei Prinzessin Diana einfach überhaupt keine Grenze kannten, jetzt aber Kates Privatsphäre respektieren. Außerdem sind in England ja auch gerade die Augen auf die Neuwahlen am 4. Juli gerichtet. Dort wird nämlich ein neues Parlament gewählt. Ja, das stimmt. Dann sind die Medien natürlich damit beschäftigt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass da auch bestimmte Vereinbarungen getroffen worden sind zwischen dem Palast und den Medien. Was jetzt zum Beispiel so Paparazzi-Fotos etc. angeht. Also ich glaube, es ist ja oft so, dass da bestimmte Verträge geschlossen werden. Wie ist denn deine Einschätzung? Wann und wie wird die Rückkehr von Kate aussehen? Also wir hoffen natürlich alle, dass wir sie dieses Jahr nochmal zu Gesicht bekommen oder dass es vielleicht auch nochmal eine zweite Videobotschaft von ihr gibt. Aber erstmal warten alle natürlich gespannt jetzt auf den 15. Juni zu Trooping the Color, ob sie nicht doch überraschenderweise kurz auf dem Balkon auftreten wird. Wie ich schon gesagt habe, das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Dennoch wäre es einfach eine Riesenüberraschung und jeder würde sie natürlich mit offenen Armen irgendwie empfangen und sich darüber freuen. Ja, und ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass wir jetzt bis Ende des Jahres gar nichts mehr von Kate mitkriegen. Also ich glaube, der Palast muss noch irgendeine Info, irgendein Video oder irgendein Foto an die Öffentlichkeit geben. Aber du hast es gerade schon gesagt, jetzt schauen wir erstmal oder hoffen alle auf den 15. Juni. Vielleicht sehen wir Katja dann. Schön, dass du da warst, Antonia, und uns so einen tollen Einblick gegeben hast. Ja, es hat mich gefreut. Vielen Dank. Ein Paar macht uns seit Wochen besonders Sorgen. Zwischen Musikerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck soll es gewaltig kriseln. Jetzt hat sie sogar ihre Konzerttour abgesagt, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu haben. Gemeint sind ihre beiden Kinder aus der Ehe mit Ex-Mann Mark Antony, die Stiefkinder, die Gatte Ben mit in die Ehe brachte und natürlich Ben Affleck selbst. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie die Chancen auf Versöhnung für die beiden stehen. Jennifer Lopez wird am 24. Juli 55 Jahre alt und Ben Affleck am 15. August 52. Damit sind beide von Sternzeichen Löwe. Klingt nach einer gefährlichen, feurigen Mischung, denken sich jetzt viele. Doch so explosiv zum Scheitern verurteilt ist die Konstellation Löwe und Löwe gar nicht. Natürlich liegen zwei Löwen auf der gemeinsamen Jagd nach Ruhm und ewigen Glück erstmal ein paar Stolpersteine im Weg. Löwen neigen schließlich beide dazu, stets die Führung an sich zu reißen. Da sind Machtkämpfe vorprogrammierend. Bei J-Lo und Ben Affleck lassen sich diese Machtkämpfe beobachten, wenn sie versucht, ihn ins Rampenlicht zu ziehen. Sie liebt es, ihren Liebesrausch eindrucksvoll nach außen hin zu inszenieren. Er hingegen hat in dem J-Lo-Dokumentationsfilm This Is Me Now A Love Story verraten, dass er eigentlich sehr privat leben möchte. Die Frage, wer in dieser Hinsicht im Recht ist, begleitet die beiden daher auf Schritt und Tritt. Ob es den beiden Löwen gelingt, also ihr Ego beiseite zu schieben, um aufeinander zuzugehen? Bei Ben Affleck lässt sich die Kompromissbereitschaft beobachten, wenn er sich doch in J-Lo's Filmen zu Wort meldet oder für einen vermeintlichen Schnappschuss für die Paparazzi beim Spazierengehen posiert. Und sie hat ja jetzt ihre Tour abgesagt. Nicht nur ein Zeichen, dass sie für sich nicht immer an erster Stelle steht. Vielmehr scheint sie daher augenscheinlich verstanden zu haben, dass sie mit dem Löwen an ihrer Seite wieder ein gemeinsames Ziel braucht. Die Ehe als Herausforderung zu betrachten, die beide nun zusammen retten müssen, ist genau der richtige Ansatz für die ehrgeizigen Löwen. Und sobald sie Fortschritte merken, schweißt das dadurch neu gefütterte Ego nur wieder noch mehr zusammen. Unser kosmischer Tipp an die beiden lautet also, Liebe J-Lo, lieber Ben, macht euch bewusst, dass ihr beide als Löwen so gut wie niemand anderes versteht, was der andere braucht. Natürlich sind Auseinandersetzungen anstrengend, aber sobald die ersten Schmetterlinge davon geflattert sind, gibt es in jeder Ehe Streit. Daher nicht von Meinungsverschiedenheiten unterkriegen lassen und denken, man sei woanders besser aufgehoben. Denn nur wem es gelingt, auch Konflikte zu lösen und zu überstehen, für den hat die Ehe erst richtig begonnen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem bestimmten Thema oder einem Prominenten, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen-at-burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.